Musik Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods Wir sind zurück in Wegberg Wir haben einen Krankentransport Müssen in die Wendung der Straße 9 So, die müsste ja hier irgendwo sein 3, 3, 2, also in die Richtung 4, 6, äh, 11, 10 Müsste das ja hier theoretisch sein, oder wird? Wenola Straße 9, hier 3 Weil das hier ist ja die Wenola Straße, die hier einmal durchgeht Also sind wir hier richtig, denn das ist ja im Gebäude Haben wir einen kleinen Krankentransport, dann machen wir zwei Einsätze Den Krankentransport und noch einen Weil ein Krankentransport ist ja, ist ja lang Aber auch da kann es zu Zwischenfällen kommen Ne? KTR Warte mal, Stopp Da steht er Ziel, Wenola Straße 9 Ja, KTR Rücktransport Ja, schön, dass ich das auch gemerkt habe Besser so, als dass wir nachher suchen Hä, wo ist er denn, wo ist er denn? Zurücktransport Zu Venola Straße So, absitzen Du holst immer dein Stühlchen Nein, du sollst dir den Stuhl aus dem Auto holen Nein So rennen die alle nach Jauna Ach, ich habe ja auch nicht den KTV genommen, ich Held Oh, hol mal den KTV, bitte Ich glaube, ich bin ein Held Habe ich den S-RTV genommen Also den S-RTV Oh, ich bin ein Held Hol mal den KTV Läuft ja alles wieder in dem Punkt Voll und ganz mit meiner Aufmerksamkeit vor Ort Ja, leck Danke Schön, Status 2 So Absitzen Auf dem Weg Hol dir mal deinen Stuhl Na, jetzt holen sie sich auch den richtigen Stuhl Ach, Mann, ey Ich bin auch ein Held Du darfst fahren, der Praktikant darf fahren Drücke ich denn jetzt Krankentransport oder muss ich den da von Hand hin fahren? Weiß es nicht Wir testen es einfach mal Also, brauche ich ja nicht drücken, stimmt, dass er krankentransport So, hast du aufgenommen? Ja, ich muss von Hand hin fahren Gut, hier müssen wir hin Oh, ein bisschen schneller hier Kann man so mit zwei fahren Nee, nee Über ne rote Ampel, ich glaub's ja wohl Blaulicht, Blaulicht So Haben wir den auch gleich abgearbeitet Hier So Absitzen Da reinbringen Ach ja Und Leute Ding Dong Sehr schön Krankentransport abgeschlossen Mann, das war aber ein schwerer Einsatz Aber cool, dass es so klingelt Bing, bong So Aufsetzen Status 1 Parken Oh, wieder 3 Damit er hier ein bisschen flotter unterwegs ist Auf dem Weg Ich finde das so lustig, wie die durch die Gegend laufen, wenn die Zack 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 Highspeed So Dann haben wir den auch schon wieder erledigt Mal gucken, was wir denn noch kriegen Ein kleiner Einsatz Ein kleiner Einsatz So Status 2 Schick schön Aber deine Tür wieder zu Und ja Ach ja Es ist doch scheiße Ich hab immer keinen Gesprächsstoff Ich weiß immer nicht, was ich erzählen soll Weiß ich bin YouTuber Oder beziehungsweise Ein Typ, der die ganze Zeit In seinen Videos quatschen Will, muss Und ich hab ihm was zu erzählen Verletzte Person Wo? Maserikerstraße Zeltplatz zur Motte Am Zeltplatz zur Motte Oh, das ist großes Feuerchen, würde ich sagen Status 3 Blaulicht Das Da liegt er Da tut er dann Fahrzeug 24 hört Bin noch nicht da Nein Jetzt So Verletzte Person So Du holst dir bitte Das Du holst dir den Und du holst dir das EKG So Schnapp dir das EKG 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 So Check Mir ist so kalt Ja, das glaube ich Wieso haben sie so lange gebraucht Ich bin sofort gekommen Leichte Verbrennungen Person Personenorientiert und ansprechbar Leichte Schmerzen möglich Nein Bevor ich hier was Falsches drücke Da wollte ich einen Blutdruck Ist in Ordnung Blutzucker wird gemessen Atemgeräusche Atmung ist normal Temperatur 37 2 Ist auch in Ordnung Sauerstoff Sättigung 100% Sieht gut aus Sieht gut aus Nehmen wir mal Zugang Bisschen Kochsalz Die gute Ringe Aufs EKG Auf Wiederaufstehen lassen können Sehr schön So, bringen wir weg Können wir sonst noch irgendwas machen Aber ich glaube nicht Weil ich wieder Paracetamol oder so Gebe Dann, äh, ja Ist das eh wieder falsch Deswegen lasse ich das einfach mal No, sie müssen trotzdem weiterhin Schmerzen haben Wir sind Ich bin ja kein Urarzt Ich darf das nicht So So, Rinnenkasten da Ihr bringt mal eure Sachen weg Gut Und steckt ein Hab ich sieben So RTW zum Kontrollen Keine Verbrennungen Leicht ins Krankenhaus So Wen haben wir denn hier Weiblich Christiane Uckermark Christiane Uckermark So So Christiane 50 Und zweiter Zehnte Zweiter Zehnte Verletzte Person Verbrennung 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 Gut, schick Gelegen wir mal den RTW So So, ich hoffe das Protokoll ist richtig Haben wir richtig gehandelt Können wir noch irgendwas machen Aber ich glaube nicht Weil wir können den Sauerstoff Höchstens Was das sagt Die Sauerstoffsättigung 100% Ja, dann brauchen wir auch Keinen Sauerstoff geben So Patientabkrankhaus Abgekommen Er ist vom Krankenhaus abgekommen So Schön So Ah, ich hab Ich will die 8 noch drücken Ich kann das nicht wegdrücken Mist Wir sind drauf eingegangen Wie waren unsere Zeiten 2 Minuten Ja, keine 2 Minuten zum Ausrücken Nach 6 Minuten ungefähr waren wir da Und weitere 10 Minuten später Sind wir dann wieder abgerückt Drucken wir das mal Verletzte Person Und es ist eine 1 Wurde gemacht Yeah Wir sind so gut Wir sind so gut So Rein Nicht da wieder rennen Auf dem Weg Fahrzeug 24 Hören Da ist 1 Ab ins Rhein raus Gut meine lieben Freunde Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Haut rein Bis dahin Kommt Oh Hau ich hier erstmal ja noch gegen meinen Schrank Kommt gut weg Haut rein Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss